Der Papa ist dran. Papa, wie lange musst du noch arbeiten? Ist um halb sieben und dann komme ich gleich heim. Okay, tschüss, hier. Mein Papa hat mir heute erzählt, er muss noch 25 Jahre arbeiten. Ach, der Arme, meiner nur muss um halb sieben. Das Leben hat viele Seiten. Grazer Wechselseitige, die Versicherung auf ihrer Seite. Wer früher vorsorgt, hat mehr Freiheiten. Mit der Grave Pensionsvorsorge.